Für die kleinen Fans ist das ein großer Tag, denn die FCA Kids Club Weihnachtsfeier ist ein echtes Highlight. Unsere jährliche Weihnachtsfeier, dieses Mal, jetzt schon zum sechsten Mal im Cinemax Augsburg, ist immer das Event, das große Event vom Kids Club. Und ja, da freuen wir uns immer alle drauf, wenn der Tag kommt und wenn wir da alle hier Großweihnachten vorfeiern. Geboten ist jede Menge. Airbrush-Tattoos zum Beispiel. Oder gleich zwei Kinofilme zur Auswahl. Unter anderem die Premiere der Weihnachtsgeschichte der Augsburger Puppenkiste. Außerdem tolle exklusive Weihnachtsgeschenke. Der Höhepunkt der Feier aber ganz klar, eine Autogrammstunde mit FCA-Spielern. Jetzt heißt es Schlange stehen. Die FCA-Profis Andreas Lute, Georg Teigl und Tim Rieder nehmen sich für die FCA Kids alle Zeit der Welt und erfüllen auch alle Wünsche. Ja, es ist schon was Besonderes. Ich kann mich erinnern, wie ich auch in dem Alter war, ein bisschen jünger war und dann halt die Spieler, quasi die echten Profis gesehen habe. Das war halt immer aufregend. Und für die ist es halt genauso und für uns ist es ja was Schönes. Ich finde es einfach schön, dass so eine große Begeisterung da ist für die Stadt, für den Verein. Und ja, das merkt man den Kids einfach an. Es macht einfach Spaß, das dann zu machen. Also mich persönlich macht es stolz, weil ich früher auch den Traum hatte, immer mal einen Fußballspieler kennenzulernen, so hautnah Autogramme zu sammeln. Und ja, es ist einfach ein tolles Event. Für die Kids-Club-Mitglieder ist das heute ein unvergesslicher Tag. Vor allem, dass sie ihre FCA-Spieler so hautnah erleben dürfen. Ich mag halt Weihnachten sehr und dann sehe ich auch noch ein paar Augsburg-Spieler. Es ist gut, dass die Spieler da sind, weil dann kennt man sie halt auch besser und so. Der Film war auf jeden Fall toll. Und Spieler zu sehen ist dann halt noch toller. Ja, dass sie halt einfach gekommen sind und sich Zeit genommen haben, weil die hätten ja eigentlich frei gehabt und sind einfach gekommen. Von uns sind in der Familie alle vom FCA der Fan und ich auch. Also der Film war sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass die Profis da sind. Und ja, war gut die Weihnachtsfeier. Apropos Weihnachtsfeier. Auch für die FCA-Spieler ist das ein Höhepunkt des Jahres. Also für mich ist es einfach dadurch, dass ich jetzt gerade nach Augsburg gezogen bin und nicht mehr in meiner Heimat bin. Einfach eine schöne Zeit, in der man am Ende des Jahres nochmal zu der Familie kommt, alle sich nochmal wiedersehen. Und das hat für mich eine sehr, sehr große Bedeutung. Für mich ist es immer ein Event, wo man mit der Familie zusammenkommt, am Tisch sitzt, schön isst. Und unser Brauch ist, dass wir davor noch alle zusammen in die Kirche gehen. Mit deinen Liebsten halt zusammen zu sein und ein bisschen Zeit zu verbringen eigentlich. Um mehr geht es mir eigentlich. Alle sind sich einig. Die FCA Kids Club Weihnachtsfeier ist eine echt coole Veranstaltung.